guten morgen werte belegschaft wir wachsen und wachsen und wachsen ich freue mich wir haben 200 überschritten habe ich doch gar nicht erwähnt und heute schneit es schon wieder es schneit was los ich kann schlitten verkaufen schlitten vermietung könnte man aufmachen wenn der schnee liegen bleibt tut er aber bestimmt nicht gut ich räume bisschen müll zusammen und bringe ihn keller und bin dann im keller mit dem müll zusammen mann oh mann was für ein wetter ist gleich zehn uhr und schneit und schneit und schneit hätten wir uns zu weihnachten gewünscht so ein wetter jetzt ist es ein bisschen spät so immer schön produktiv bleiben wenn es jetzt so schneit gehe ich in die ins büro in die büro wohnung und werde da ein bisschen aufräumen weil der teig ist schon nachlässigt hier haben wir jetzt immer noch um ich habe keinen kontakt der hat mich ganz schön ab ich räume auf hier ich hier hier So, jetzt war ich eine Stunde hier, jetzt sehe ich wieder in den Keller mal kurz runter. Sieht schon wieder ein bisschen ordentlich aus, hier kann man wieder treten, obwohl ich glaube, ich räume hier vorne noch ein bisschen Zeug weg. Ja, die Bilder müssen weg, die packe ich da hinten und dann kommt dann da ran. Das steht jetzt hier auch nicht mehr im Weg. Das ist ja recht warm hier, also die? Ja, also, kriegen wir hoch. Hmm, was ich dir noch sagen wollte, den Jemper kannst du wieder mitnehmen, das passt überhaupt nicht. Komm den mal ein. Kannst du dir im Block mal angucken, wenn du Bock hast? Ja, das ist, das ist schon klar, aber da müsste ich drauf sitzen, also das ist ja wirklich hinten. Und dann ist, das dreht Kurbel hier oben. Weil das tut, dann setzt man hier auf. Nicht? Oh, schade. Aber ich glaube, das macht so ein Beschleunigungsfix, wenn du da eh mal einen Sprung machst, runtergehst und dann kickst dein Anouk direkt mal in irgendeine Ecke so. Naja, du kannst ja den Rebound da einstellen, dass du so langsam ausfedert war. Ja, aber sie sieht nicht, sie sieht nur mit einer vorderen Gabel nicht, weil der Winkel wäre dann zu steil und die Räder würden tatsächlich viel zu nah aneinander stehen. Boah. Hier, ganz banale Schicht. Eigentlich sind Schutzbleche gerissen, gebrochen da unten. Einfach weggebrochen. Muss wieder festgemacht werden. Mach ich. Ich muss das Tinterrad dafür ausbauen, dann geht's besser. Jetzt schraube ich das hier ab. Jetzt kommt das ab. Jetzt kommt ein Stück weit Fabi. Abschneiden, entgraten, damit es schön aussieht. Jetzt bräuchte ich ein kleines Loch. Habe ich die Baumaschine oben gelassen? Ich hole sie. Jetzt bräuchte ich ein Loch da drin. Den da hin. Den da hin. Und die habe ich auch noch da drin. Ich hole sie. Über all. Ich hole sie. Super! Bremsbeläge sind runter. Felge ist auch durch. Ich habe jeden Tag die gleichen Probleme hier. Ist ja kein Luftdruck drauf. Wenn ich richtig aufpumpe, dann wird die Felge auseinander. Vorne ist auch schon hohl gebremst. Also, man, schönes Rad eigentlich, aber in dem Zustand. Jo, na, das war das erst mal. Das war's erst mal. Das Schutzblech ist wieder fest. Mal schauen, ob heute noch was passiert. Das schneit richtig doll draußen. Das ist unglaublich. Ich mache mir was zuerst. Ich mache mir was zuerst aus alten Schritten. Aber nicht aus den alten. Aber aus den alten. Es gibt nämlich alte Schritten und super alte Schritten. Ich weiß nicht, was ich mache. Aber ich verlange eine Weile. Ich probiere die Lampenschürme. Obwohl ich den ja nicht probieren. Vielleicht sieht der einfach viel besser aus. Jetzt versuche ich mal hier unten drin zu wechseln. Oh, Mensch. Natürlich klingelt es jetzt. Ich bin gerade hier drin. Gerade hier drin gekommen. Was habt ihr denn? Ich wollte mal fragen. Ob mein Kamerl, ob man das vertreten kann. Kattenplatten. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt zu operieren. Das ist aber schlecht. Wenn wir den Plattenreifen sich nicht mehr lohnt zu operieren, dann hat man definitiv zu lange gewartet. Hat sie nicht gemacht. Übrigens 16 Euro war nicht wert. Für den Plattenreifen. Weil noch muss man dazu sagen. Bremse war im Arsch. Beide Züge haben nicht funktioniert. Überhaupt nicht total. Festgerostet. Kette eingerottet. Bremsbeläge runter. Aber sonst nicht der beste Zustand. Es passt nicht dazwischen. Mann, ey. Setz man sich hin. Genau in dem Moment, wo man sich hinsetzt. Teels. Na klar. Da muss ich nicht stehen bleiben. Ach, bei dem. Bei dem. Bei dem. So unglaublich. Setz mich immer kurz hin. Und der Teel erzählt mal die ganze Zeit, dass es nicht begonnen wird. Deswegen gerade drin, zweimal schon. Also wir jetzt. Melone. Das ist sehr süß auf eure Fälle. Das ist die süße Melone. Ja, ist ja schön. Und wie war's? Toll. Mama hat 1 und 80. Papa, Papa, Papa. Ich hab 1 und 80. Papa. 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 Ich hab auf einmal 1 und 80. Papa. Papa. Ich hab auf einmal 1 und 80. Tretlager kaputt und Tretkurbel kaputt. Ey, sowas rundet hab ich fast noch nie gesehen. Selten. Das war mal ein Vierkant. Das war mal ein Vierkant. Man glaubt es nicht, das war mal ein Vierkant. Unglaublich, dass der so lange damit gefahren ist. Pedale brauchen wir noch. Tretlager baue ich aus. Dennoch noch so ein FAG, Facklager auch genannt. Kaffee krieg's raus. Uiuiui Uiuiui Ich merke das schon Das will nicht So jetzt Das will nicht raus Das will natürlich will es nicht raus Ich geh mal gucken mal da los Ach ja Ach ja So da zeige ich Kontert hier Ganz Die Kontert Und eigentlich weiß ich schon, dass das nicht funktioniert Das ist immer schon vorher Das ist einfach Erfahrung Eigentlich Aber Man hat ja immer die Hoffnung Dass es doch noch so einen Überraschungseffekt gibt Auch was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja Aber gibt es nicht Ich hebt es hier leider nicht Ich probiere es nochmal Jetzt mit dem Wald Wenn es durchratscht Dann ist es eh hier Oh ja Ich habe es abgebrochen Ich glaube es ist abgebrochen Das wird wirklich immer passiert Der Ring ist abgebrochen Es liegt also immer nicht an mangelnder Kraft oder so Sondern an Materialermüdung Scheiße Und deswegen will sie so was auch Kinder machen So was will ich einfach Kinder machen Mann scheiße Ich bin der dumme Ich mach das Das nehme ich nur noch als Konter hier So Auch weggebrochen Materialermüdung Zum Kotzen ey So jetzt sind wir an dem Punkt Wo nur noch die Waldhilfe Wo man es echt rausprügeln muss Was aber jetzt geht Weil Man klappt die Achse zu der einen Seite raus Die Lager zu beiden Seiten raus Dann sind die Schalen weg Das Metall ist weg Und dann sägt man einfach ein Und dann ist es okay Also wenn es hier abbricht Ist es eigentlich so ja ganz gut Ich probiere es mal Also nicht vergessen Es ist kaputt Denk doch mal daran Wenn es so kaputt ist Hier kam es ein bisschen raus Sogar gerade Es ist schon ein bisschen nach außen gewölbt Jetzt drücke ich die Seite hier nur durch Jetzt drücke ich die Seite hier nur durch So die Achse ist raus Das war die kaputte Seite Auch das sind eigentlich Schliffe Ja da ist nichts mehr zu holen Die musste raus Jetzt müssen wir die Reste rausarbeiten Jetzt müssen wir die Reste rausarbeiten Ja hier Ja Käfige und alles Die Schalen müssen wir jetzt einsägen hier ist so richtig aktion deswegen kostet auch geld kostet ja nicht ohne grund gilt nicht dass die leute mal denken über die goldene nase oder so das macht auch richtig arbeit jetzt nehme ich eine säge ach hier ist noch ein metallring drin, was soll ich da ja rausnehmen, auch reich felsen das ist doch ein sägen keinen richtigen punkt hat hier zum ansetzen, da ist das richtig doof richtig bescheuert gerade da zeigt die schale diese harter metallschale nach hier drüben getrieben jetzt muss ich die ja irgendwie rausarbeiten ja 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 schon hier ja ja Ach, schon drüber. Die Montage zeigt schon um. Welches denn? Die zweite. So, folgendermaßen sieht das aus. Der Tretlager und Tretlagerhäuser sind hin. Das kriegst du nicht raus, das ist miteinander richtig verwachsen. Man kriegt das nicht auf, nichts, ja nichts. Ich muss das ausbohren komplett und rausprügeln, irgendwie. Dabei geht hoffentlich der Rahmen nicht kaputt, werden wir sehen. Wir schauen. Boah! Ander und halb Stunden, zwei Stunden fast, um die Schale zu brechen. Boah! Nächste Schale vom Lager. Ja, ich bin so froh, dass das jetzt... Guck mal, jetzt seht. Ich prügel jetzt die andere Seite ohne Rost. Dann schneide ich die Schalen auf und dann schaue ich mir die Winde mal an. So, ich bin total fertig. Das macht mich fertig grad. Wolle ich nichts mehr ansagen. Also wenn ich Lager feste ist, groß arbeiten, nochmal 80 Euro. Das ist so. Muss man eigentlich klar sagen, weil jetzt... Zwei Stunden, ey. Ich hab immer richtig Stress. Ich hab immer richtig Stress. Richtig Stress. Ach, ich hab immer so Stress, ey. Ich hab immer so Stress, ey. Und jetzt... Jetzt... Zwei Stunden bin ich an diesem Lagerwechsel schon dran. Hallo. Ich bin immer noch beim Ausbau. Sieg. Zweieinhalb Stunden. Jetzt seht noch die Schale raus. Die Plastikschale. Boah, ist das eingemumpft. Ey, die ist durch. Die ist fertig. Es kommen noch die Winde zu erkennen. Ich glaub gar nicht, wie froh ich bin, dass ich das Ding raus hab. Um Himmels Willen, ey. Dann messen wir doch mal die alte Achse aus. Darauf stehen tut es nicht. Also müssen wir es ausmessen mit einem Messschiebär. Naja, ich teste mal. Ich probier doch nochmal mit die Winde einzubauen, weil jetzt einfach von der Qualität auch besser ist. Ehrlich gesagt. Ich werd ja sehen, wie es greift. Oder nicht greift. Ob es greift. Ach, ist das halt schlimm, ey. So viel Arbeit. Na ja, das passt. Dreht sich gut drin. Spart doch nicht ab. wie lange hat jetzt das montieren gedauert 15 minuten ach so ja die ist auch irgendwie seitdem komisch die konstruktion gesehen ist ja auch nicht schlecht war nicht so viel naja geht ja fast wieder hast du dir sehen manchmal ist es besser nicht so viel hinzugucken aber das musst du dir angucken hier gehört ja eigentlich oben auf dem schaft ruft naja kann man ja machen ist ja so ist ja kann man nicht machen die weit nicht funktioniert probiert habe ich mir gedacht aber er hat ja kein lager sitzen neben der kapitel die schale da oben hochgepackt hat er ja auch vielleicht hätte er so richtig um uns setzen sollen die sind verkehrt rum aus verkehrt rum gepackt hier kann man dem publikum zeigen wir haben hier so ein fachmännisch zusammengeschraubt warum das hier unten dran ist eigentlich so nicht hat er die ganze rat zerlegt oder was er meinte zu mir hat auseinander genommen aber ich dachte das bezog sich nur auf hinten und das hat er nicht zusammengekriegt kann er jetzt nicht alles auseinander nehmen kann ich natürlich machen also muss ich vorher fragen zentriert ein bisschen jetzt sind deswegen im schloss geht das hier so schwer mit dem bremsen war da muss ein neuer zug müsste da rein und hier steht auf play motion den eventuell ein bisschen besser laufen natürlich auch noch nicht schraubt ins halte auch eine jahre in die schraubbar oder jetzt falsch man ist jetzt schlimm ist alles alle wer wissen würde wie man es nicht macht beim schalter kann aber auch ein beispiel das kann man jetzt wahrscheinlich ja nicht wahrnehmen so diese einstellschrauber für den schaltwerks vorspannung die muss natürlich dagegen sonst hängt das schaltwerk so ein bisschen komisch da rum was ich jetzt korrigiere und danach musst du die schaltung nochmal eventuell nachdem ich die schaltung nochmal ja noch nachdem ich die rennen kannst du den typen mal anrufen vielleicht da haben die leute schon die möglichkeit ein Fahrrad hier abzuholen bis 21 uhr und aaah das verstehe ich auch nicht wie gesagt ach wie auch immer es läuft ja immer noch drei drei vier stunden gut ich mache feierabend das wort für heute naja auf dem bild hier julie macht feierabend also die leute wie aufregend war und was zur hölle war das für eine scheiß tretlager aktion ich habe sie schafft das ist wichtig ich lebe noch wir sehen uns morgen den ganzen tag hat sich schneit und am ende kommt so eine aktion also da freut man sich doch richtig auf zu hause wieder die einzige aktion heute die war tretlager zweieinhalb stunden äh ne ich will nicht über den preis ich muss das ändern ich muss das den leuten sagen das geht nicht ich muss das sagen wenn du tretlager rausarbeiten wenn das nicht raus geht du tretlager rausarbeiten nochmal einfach 80 euro mehr einfach nur wegen der zeit du sitzt da anderthalb zwei stunden an so einem ding zweieinhalb stunden gebraucht eine halbe stunde effektiv zwei stunden vertrödelt 120 minuten das sind 80 euro 40 die stunde ist ja mindestens okay 40 euro die stunde ist okay kann man auch nehmen denis nimmt so ja 70 70 ich krepiere ich kann mich nicht leisten so weit kann ich 50 sekunden leisten gut tschüss schlaf gut bis morgen